Oh, hallo und herzlich willkommen in unserem ASMR Wellnesshotel. Schön, dass du hier bist. Ich habe gehört, dass das dein erster ASMR Wellnesshotel Aufenthalt ist. Ist das richtig? Okay, denn das ist ja nochmal etwas, ja, anderes. Hier geht es nicht nur um die Behandlungen selbst, sondern außerdem noch um angenehme Sounds, die dich entspannen sollen, damit du heute Abend in einen richtig schönen und entspannten Schlaf fallen kannst. Genau. Bist du schon aufgeregt? Okay, das brauchst du auch gar nicht. Also, wir beide wollen ja jetzt eine Gesichtsbehandlung an dir vornehmen, richtig? Okay. Ich habe auch alles schon hier zu liegen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen aber damit, dass wir erstmal gucken, was ich dir so zu trinken anbieten darf. Genau. Also, ich könnte dir was anbieten? Eine kalte Cola oder aber auch eine kalte Kokosnuss. Richtig. Die ist auch frisch. Hast du denn schon mal Kokosnuss getrunken oder beziehungsweise gegessen? Okay. Dann wird es doch öste Zeit. Also, ich kann das wirklich nur empfehlen. Und ja, wenn man schon mal hier ist, dann kann man das ja auch gleich mit ausprobieren. Richtig. Und du merkst schon, dass dieser Kokosnuss außerdem noch sehr, sehr schöne Sounds macht. Gefällt dir? Sehr gut. Möchtest du dich denn trinken? Okay. Okay. Dann schnapp ich mir erstmal hier so ein Stäbchen. Das brauchen wir jetzt nämlich, um diese Kokosnuss zu öffnen. So. 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 Jetzt sind wir durch. Dann nehmen wir uns einmal einen Stroh an. So. Zack. Und schon. Kannst du das trinken? Bitteschön. Und? Wie schmeckt's? Gut. Ja, das stimmt. Das ist schon ein, ja, sehr eigenständiger Geschmack. Aber, ja, da gewinnt man sich ja sehr, sehr schnell dran. Genau. Und das Fruchtfleisch, ich sag dir, mega. Okay, dann kommen wir mal zu deiner, ja, Behandlung. Ich würde sagen, als allererstes fangen wir aber damit an, deine Haare einmal durchzukennen. Ist das eine Art, noch? Sehr gut. Okay. Genau. Du kannst gerne deine Augen schließen. Seit wann befasst du dich denn so mit ASMR? Ah, verstehe. Also schon so zwei, drei Jahre. Okay. Und, ja, wie bist du da drauf gekommen? Achso, durch Zufall. Ja, wie bei mir. Ich hab ursprünglich auch noch was anderem gesucht auf YouTube. Und dann bin ich auch durch Zufall auf ASMR beschlossen. Das stimmt. Okay. 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 Gefeinde Tensil Brushing Sounds. Sehr gut. Und das ist auch eins meiner Auffassung. Okay. Ich wollte jetzt auch sagen, dadurch, dass es heute wirklich hier sehr, sehr heiß ist, gebe ich dir noch etwas von diesem Zufall-Spray raus. Okay. Genau. Was sonst trocknet die Haare raus so schnell raus? Okay. So, beginnen wir mal. Boah, das riecht so gut. So, jetzt gehe ich noch mal kurz mit der Bürste durch, um das ordentlich zu verteilen. Aber wirklich nur ganz kurz. So, jetzt gehe ich noch mal kurz mit der Zufall-Spray-Spray-Spray-Spray-Spray-Spray-Spray-Spray-Spray. So, gut. Jetzt kümmern wir uns mal um dein Gesicht. Dafür schnappe ich mir erst mal etwas Gesichtswasser. Und natürlich ein Wattebett. Okay. Und jetzt werde ich einmal anfangen, dein Gesicht etwas zu reinigen. Aber du hast auch gar kein Make-up drauf, oder? So, hier noch ein bisschen. So, hier noch ein bisschen. Ich habe hier nämlich so ein richtig, richtig tolles Gesichtsserum. Und das riecht nach Ananas. Magst du Ananas? Okay, sehr gut. Gut. Sonst hätte ich erst mal gucken müssen, ob ich noch eine andere Sorte da habe. Das sind schon fast alle. Das sind schon fast alle. Okay. So, gut. Dann gebe ich jetzt mal ein paar Tropfen auf dein Gesicht. Okay. 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 Das reicht schon. Gut. Machen wir das mal wieder zu. Okay. 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 Und das werde ich jetzt einmal ganz vorsichtig verteilen. Okay. 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 Und das ist ja sehr schön. Ja. Das riecht wirklich so gut. Okay. Okay. Also mit deinem Gesicht wären wir schonmal fertig. Aber eine Sache hätte ich noch. Und zwar würde ich dir gerne noch ein bisschen die Schulterblätter und Arme massieren und dir etwas von diesem Body Moose auftragen. Genau. Wenn das okay ist. Okay. Denn dieses Moose macht auch hammermäßige Geräusche. Aber das wirst wir gleich sehen. Okay, ich trage dir erstmal was davon auf. So. Ich werde es jetzt, wie gesagt, auf deinen Schulterblättern verteilen und an deinen Armen legen. Gut, so. Okay. Die andere Seite. Das riecht auch so gut. Okay. So. Und dann kommen wir jetzt mal zu diesem Massagegerät. Und weißt du, was da das Schöne ist? Da es ja heute auch so warm ist. Diese Kügelchen hier sind richtig, richtig schön kalt. Und werden dementsprechend dein Körper auch ein bisschen, ja, unterkühlen. Richtig. Okay. Okay. So. Dann gehen wir mal deinen Arm entlang. Geht das? Oder ist das zugehalt? Das wäre dann auch nicht gut. Okay. Sehr gut. So. Dann gehen wir mal noch den Nackenbereich lang. Das ist ja auch Sinn und Zweck, dieser Behandlung. Und das ist ja auch wichtig, dass man wirklich mal zur Ruhe kommt. Jetzt kommen wir einmal zur anderen Seite. So. Und hier auch ein bisschen, der Nackenbereich. Oh. Okay. Okay. Okay, sehr gut. Das hätten wir auch. Okay, also ich hoffe, dass dir diese, ja, Behandlung gefallen hat und wie ist das für dich jetzt, also jetzt, wo du weißt, wieso eine ASMR-Gesichtsbehandlung abläuft, findest du entspannt, ja, mit den Geräuschen und dem, was auf deine Haut passiert. Sehr gut, das ist unser Ziel. Richtig. Okay, dann hoffe ich natürlich, dass du nochmal wiederkommst. Ich glaube, du machst ja zwei Wochen Urlaub, oder? Genau, na dann, auf jeden Fall, ne? Also, du musst dann einfach nur einen Termin machen und dann kannst du dir jederzeit wieder vorbeikommen. Genau, also um die Uhrzeit ist eigentlich immer was frei. Richtig. Alles klar, dann wünsche ich dir heute auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja. Ahhhh